Oh, oh, oh! Einfach ausgesetzt, jetzt wachst du auf dem Bus. Zum Übernachten sieht das nicht aus. Pfeifenwechsel. Wir sind hier, das ist schon Pfingstern-Tal, oder? Das gehört zu Pfingstern-Tal, das ist die Langsteiner Mühle hier. Tja, wir gucken uns jetzt mal an. Im Grunde sag ich mal, toi toi toi. Ja, das ist die Mühle, das ist ähm... Dann wollen wir weiter ricken, das ist ganz gut. Ich bin hier mit dem Quad immer hingefahren. Geil doch, ja. Du bist gerade da durchgefahren durch den Bogen. Du hast dich dann da hingestellt und da konntest du echt geile Fotos machen. Ja, glaube ich, ja, normal, ne? Ja, das kann man sich. So, für den Herrn Mosch möchte ich das hier nochmal unterstreichen. Nein. Nein, doch! Der gehört doch uns! Der gehört doch uns! Ja gut, das gibt viele Regionen, den den Schindler anders für sich beanspruchen. Wo der da seinen Schindluder getrieben hat. Ah, hier. Da ist nämlich der Schindladen-Stand. Der alte Wämser hier. Da. War das so ein Wilder, ja? Ja, ja. Ihr habt auch einen Schindler-Hannes-Steil. Guck mal hier. Haben die uns nachgemacht. Der geht bis zu euch. Ich fasse es ja nicht. Der gute Schindler-Hannes-Weg. Ja, also. Eine Menge. Ja, gut, ja. Mal gucken, ob wir das Pferd rauskriegen. Mal gucken, ob wir das Pferd rauskriegen. Krieg ist das Pferd scharf. Dahinten, ja. Juhi. Haben gar nicht gesehen. Guck mal. Wer merkt, dass es fotografiert wird. Guck mal, das ist ein Zoom hier. Wenn der alte jetzt nicht so wackeln würde mit seiner Alki-Hand. Kannst du ja hier draufstellen, die Kamera. Ja, also ich sag mal, wenn es ohne das Heer gibt und jetzt nicht mehr runterpratscht, kannst du ohne das Gemüse draufstellen. Das ist ja gleich losgebein. Mach doch gar nichts. Das ist super. Diese Tomatenpflanzen hier überall, die Gedeihen hier prächtig. Der Wahnsinn. Unfassbar. Jetzt wird der Kat. Ich darf die Insel und filmen was das Zeug hält Du, hier sind aber auch Sonnenblumen Daaaah Jetzt geht's ab, dawg Jetzt geht's ab, dawg Ja, drupos Ja, drupos Schiff Guten Morgen, Herr Immer Ich wünsche wohl Goh. zu haben Gehen Sie den Scheißdorgen Guten Morgen, Herr Immer Wie spät? Wie immer, Herr Immer Punkt 8 Uhr Ah, also Oh ja, für hier. Da ist der Müllberg wieder. Krass, von der anderen Seite. Ja, geil. Mit Bushaltestelle. Jaja, Kamerasch... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020